Der beste Anwalt, der mir eingefallen ist, bin ich. Der beste und der kultigste. Mein Name ist Mason. Perry Mason, Strafverteidiger. Wie kannst du diesen Mann denn bloß verteidigen? Ich glaube, er ist unschuldig. Ich finde raus, ob jemand ein Mordmotiv hatte. Ich ermittle. Haben Sie was entdeckt? An dem Fenster sind Spuren. In Kugeln stammt das eine Pistole Kaliber 32. Wir sind uns auf der Spur. Jeden Donnerstag ein neuer Fall. Na, wie sieht's für uns aus? Perry Mason, die Filmreihe. Auf 13th Street.